Musik Herzlich willkommen auf dem Wunderhof und zu dieser Miniserie Malen auf dem Walderlebnispfad. Ich bin Efi Steiner-Böhm, ich bin Künstlerin und den Walderlebnispfad habe ich euch in einem früheren Video schon mal ausführlich vorgestellt. Jetzt geht es darum, dass ich euch gerne zeigen möchte, wie man die Bilder in unserem Malbuch ganz leicht mit Deckfarben ausmalen kann. Und begleitet werde ich dazu ausnahmsweise mal nicht von Petra und Rosa, wie sonst immer, sondern vom Waldkauz und vom Specht, die ihr ja auf dem Walderlebnispfad schon kennengelernt habt. Erfunden hat die beiden übrigens wieder mein Sohn Stefan Böhm, der ja auch die Petra und Rosa Figuren geschaffen hat. Und jetzt geht es schon los mit Teil 1. Ich habe das Material für diese Serie so simpel wie irgend Möglichkeiten, damit wirklich jedes Kind oder auch jeder Erwachsene da mitmalen kann. Aber ein paar Tipps möchte ich euch trotzdem noch geben, weil dann halt die Ergebnisse einfach schöner werden. Ich benutze Deckfarben, völlig okay, das sind schöne Farben, aber da ist es schon so, bitte spart da nicht vielleicht drei oder vier Euro, indem ihr so einen billigen Deckfarbenkasten kauft. Kauft eine Marke, ihr werdet sehen, die Farben sind sehr viel leuchtender, sehr viel kräftiger und die Kinder oder auch ihr als Erwachsene habt ein wesentlich größeres Erfolgserlebnis, wenn es eben schöne Farben gibt. Dann, was ich ganz unerlässlich finde, das sind einigermaßen anständige Pinsel. Diese Synthetikrundpinsel gibt es mittlerweile in jedem Baumarkt, die kann man also auch leicht bekommen, muss man nicht unbedingt bestellen. Die machen eine sehr schöne Spitze und man kann da sehr fein und sehr genau damit malen, ohne großen Aufwand. Ich habe jetzt eine Nummer 12 und von meiner Firma ist das ein Juniorpinsel. Der ist sogar noch günstiger als die beiden, das ist die Künstlerqualität dazu. Das ist ein 6er und das ist ein 2er. Ihr könntet notfalls, könntet ihr auch mit dem 12er und mit dem 2er auskommen. Ich werde wahrscheinlich immer mal wieder alle drei in irgendeiner Form benutzen. Und was auch wichtig ist, was ich euch ganz, ganz ans Herz lege, kauft euch ein bisschen dickeres Papier. Diese Zeichenblöcke, die man den Kindern zumutet mit teilweise 70 Gramm pro Quadratmeter, da wo dann das Wasser draufsteht und sich das Welt und die Farben verlaufen, das ist vollkommen ungeeignet. Es gibt gutes Zeichenpapier mit, was weiß ich, 150 Gramm pro Quadratmeter. Das ist nicht allzu teuer und ihr werdet sehen, ihr habt so einen Unterschied im Erfolgserlebnis mit einem guten Papier und das ist auch nicht sehr viel teurer. Also das lohnt sich unbedingt. Ja, das wollte ich vorausschicken. Ansonsten, wie gesagt, ist es total simpel. Ich habe mir meine Vorlagen auf 150 Gramm Papier ausgedruckt. Das ist ausreichend, das wird bestimmt jetzt auch schön. Man kann es notfalls ein bisschen fixieren, wenn man unsicher ist, aber ansonsten sind wir schon startklar. Für das erste Motiv habe ich mir jetzt meine Vorlage ausgedruckt. Ich habe 150 Gramm Papier genommen, das ist ein bisschen dickeres Papier und ich werde folgende Farben benutzen, und zwar Lichter Ocker, Zinnoberrot und Ultramarinblau. Und wenn man irgendwas heller machen möchte, dann kann man das auch bei den Deckfarben einfach tun, indem man mehr Wasser zu der Farbe gibt und wenn man es dunkler haben will, dann mischt man einfach die Farbe dicker an. So, und ich fange mit diesem oberen Blatt an. Ich mische mir in meiner Palette das Zinnoberrot und gebe ein ganz bisschen was von dem lichten Ocker mit dazu, dass es nicht zu knallig wird, weil im Herbst sind die Farben nicht mehr ganz so leuchtend. Und dann fülle ich einfach mal diesen Teil von meinem Blatt aus damit. Ihr seht schon, mein Pinsel, der macht eine schöne Spitze. Und wenn ich es ganz genau haben möchte, dann nehme ich jetzt meinen feinen Pinsel dazu und fülle da auch noch die Spitzen so ganz sauber aus, dass man eben nicht drüber rausmalt. Bei so Tusche-Vorzeichnungen ist es immer wichtig, dass man eben nicht drüber rausmalt. So, und nach unten hin wird es jetzt ein bisschen bräunlicher. Und da mische ich einfach jetzt zu meiner bisherigen Farbe ein bisschen ultramarin dazu und dann gibt es so ein bräunliches Rot. Und die Blätter, das darf alles ruhig ein bisschen unterschiedlich sein. Da könnt ihr dann jetzt ruhig auch vielleicht wieder ein bisschen Rot noch dazugeben oder mir Blau dazugeben, dann wird es an ein paar Stellen dunkler. Oder ihr könnt so kleine Punkte reinmachen, dass das so ausschaut, als würde es schon an der Stelle verfaulen. Es muss also nicht ganz genauso werden wie die Vorlage. Und auch da, wenn man es ganz ordentlich machen will, einfach mit dem feinen Pinsel dann zum Rand hinmalen. Und da dürfen ruhig auch solche Ränder entstehen, weil das ist ja bei den Blättern auch so, dass die dann so ganz unregelmäßig sich verfärben. Man kann es schon ein bisschen ineinander wischen, wenn einen das stört. Es dürfte aber auch so unregelmäßig bleiben. Gut, dann zu der Spitze hin wollen wir jetzt das Ganze ein bisschen gelblicher gestalten. Da geben wir einfach mehr Lichter Ocker und ein bisschen Ultramarin in unsere Mischung. Aber wir malen eigentlich das ganze Blatt immer bloß in unterschiedlichen Mischungen von diesen drei Farben. Wenn ich Lichter Ocker bloß mit Ultramarin mische, dann gibt es so ein bisschen einen grünlichen Farbton. Und die kleinen Löcher, die lassen wir einfach weiß. Dann schaut das nämlich aus, als könnte man an der Stelle durch das Blatt durchschauen. Wenn euch das passiert wie mir, dass ihr da jetzt reingemalt habt, dann könnt ihr mit dem Pinsel das nochmal so ein bisschen rauswaschen. Dann macht ihr einfach den Pinsel sauber und ein bisschen nass. Und dann tupft man mit dem Küchentuch so ein bisschen drauf, dass man die Farbe wieder rausbringt. Und da, wo sich das Blatt so drüber schlägt, dann macht man an der Stelle das Blatt ein bisschen dunkler, dass man meint, dass da so ein bisschen Schatten drunter ist. Und dann sieht das nämlich gleich ganz dreidimensional aus. Und damit das eben so ausschaut, als würde sich das so drüber schlagen, machen wir das an der Stelle so ganz, ganz hell. Wir nehmen viel Wasser zu unserem lichten Ocker, dass das so eine ganz dünne Mischung gibt. Und dann seht ihr schon, dann sieht man, dass das praktisch die Unterseite ist, die sich da so drüber wölbt. Und da herum haben wir ja das Gleiche. Das könnt ihr grün oder gelblich machen, wie ihr halt gerade meint. Und da machen wir es wieder genauso. Wir verstärken da einfach mit so ein bisschen dunklen Grün aus Ultramarin und lichter Ocker, verstärken wir da die Farbe und dann sieht es dunkler aus und man meint, dass das eben so drüber geklappt ist. Ja, und dann kann man vielleicht noch so Punkte an den Blattadern entlang setzen, weil da meistens die Verwesung am ehesten einsetzt. Da überlasse ich das dann eurer Fantasie. Das könnt ihr dann gestalten, wie ihr möchtet. Auch da kann man natürlich das Blatt nochmal ein bisschen interessanter gestalten, indem man nochmal mehr Rot drüber gibt, dass man so Flecken bekommt, weil das ja so das Typische am Herbstlaub ist, dass es eben so fleckig ist. Der Stängel ist bei den Ahornblättern meistens so rötlich. Da können wir einfach das Zinnoberrot nehmen. Und dann haben wir das erste Blatt schon fertig. Das zweite ist noch einfacher, weil das im Endeffekt nur lichter Ocker ist, dass es an ein paar Stellen ein bisschen ins orangefarbene geht. Das brauchen wir einfach bloß ausfüllen. Die Farbe ist so ein bisschen reintupfen, dass die unregelmäßig verläuft. Das kann auch an manchen Stellen ein bisschen ins grünliche spielen. Also da, wie gesagt, ihr müsst euch nicht unbedingt ganz genau an die Vorlage halten. Das dritte Blatt ist nur so ein bisschen grünlich. Da nehme ich wieder mein Ultramarienblau mit dem lichten Ocker. und ich mische jetzt vielleicht ein ganz kleines bisschen was von dem Dunkelgrün dazu, dass er ein bisschen kräftiger wird von der Farbe her. Das müsste aber nicht einmal sein. Und auch da tupfe ich halt dann einfach so an den Adern entlang ein bisschen was von dem Rot rein, damit es an der Stelle bräunlich wird. Weil immer wenn ich rot und blau und gelb, wenn ich das zusammen mische, dann kriege ich irgendeinen Braunton. Und das darf auch ganz fleckig werden, weil eben das so das Typische am Herbstlaub ist. Wenn ihr Lust habt, dürft ihr die Vorlagen natürlich gerne nochmal ausdrucken und dann vielleicht auch mal in Farben ausmalen, die euch gefallen. Das muss nicht einmal unbedingt natürlich sein. Also ihr könntet, was weiß ich, zum Beispiel jetzt auch Cyanblau oder Magenta mal nehmen. Das kann auch interessante Bilder ergeben, weil die Vorzeichnung bleibt ja immer gleich und man weiß immer, dass es Blätter sein soll. Und das können ja auch mal Fantasieblätter sein. Oder ihr könnt da noch irgendwas dazu malen. Was weiß ich, kleine Käfer, Spinnen oder kleine Feen. Lasst euch da echt was einfallen. Ja, ich hoffe, das hat euch jetzt Spaß gemacht. Und jetzt gehen wir an das nächste Motiv. Das nächste Motiv sind die Vogelkirschen. Die schauen genauso aus wie die Süßkirschen, die wir normalerweise essen. Sind bloß ein bisschen kleiner und haben aber auch genau die gleichen Farben. Und dafür brauchen wir jetzt Zinnoberrot und ein bisschen Gelb für die helleren mit Schwarz für die dunklen Kirschen. Wenn jemand möchte, kann er Magenta vielleicht auch dazu nehmen. Dann wäre es so ein bisschen, ja, Violett, Orange. Aber das ist Geschmackssache. Und für die Blätter brauchen wir dann das Dunkelgrün mit Gelb und für die Schatten ein bisschen schwarz. Und ich fange jetzt mal mit den mittleren Kirschen an, die so einen mittleren Rotton haben, mit den beiden da oben. Und das ist relativ einfach. Ich fülle das Ganze mit dem Zinnoberrot aus. Und ganz wichtig, das Licht habe ich euch schon markiert, damit die so glänzend ausschauen, ist das Licht. Und das muss man ganz einfach weiß lassen. Braucht ihr kein Deckweiß, da ist das Papierweiß genau richtig dafür. Und wenn ich jetzt möchte, dass das ganz deutlich wird, dass die Kirsche hinter der vorderen ist, dann tupfe ich da am Rand jetzt ganz wenig von dem Schwarz mit rein. Und das färbt immer so leicht, also da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Und solange die Farbe nass ist, verläuft es ganz schön. Und gibt so den Schatten. Und die Kirsche davor wird dann an der Stelle, wo der Schatten ist, bleibt die wieder hell. Dann mache ich jetzt wieder nur mein Zinnoberrot. Achte wieder darauf, dass ich das Licht nicht übermale. Und im Schatten mische ich wieder ein bisschen Schwarz mit rein. Es ist wirklich ganz, ganz, ganz einfach. Und den feinen Pinsel nehme ich halt, damit ich schön sauber zum Rand hinmalen kann. muss man halt vielleicht zweimal drüber malen, dass es deutlicher wird. Als nächstes mache ich jetzt dann diese helleren Kirschen, die noch nicht ganz so reif sind. Das sind eins, zwei, drei. Und dann nehme ich zu meinem Zinnoberrot ganz wenig Gelb dazu, dass die halt so leicht orange aussehen, als ob sie eben noch nicht ganz reif wären. Und das funktioniert eben genauso wie der in der Lichtseite, wo ich dieses Licht freigelassen habe, mache ich die Kirsche heller. Und im Schatten gebe ich einfach ein bisschen Schwarz dazu. Da kann man auch die Mischung hernehmen, die wir vorhin schon verwendet haben. Und das darf da in der Mitte zwischen den beiden Farben darf das ruhig immer so leicht ineinander laufen, weil dann kriegt man einen schönen, sanften Übergang und die Kirsche schaut richtig plastisch, sagt man, 3D-mäßig aus. Als letztes brauchen wir jetzt noch die drei Kirschen, die schon so fast schwarz sind. Und da mischen wir jetzt ganz einfach in unser Rot relativ viel Schwarz, dass es halt ziemlich dunkel wird. Und da ist der Unterschied zwischen Licht und Schatten bei den Kirschen gar nicht so sehr erkennbar. Die sind in der Lichtseite auch schon ziemlich ziemlich dunkel. Und bei den Kirschen könnt ihr da jetzt, wenn euch das zu bräunlich wird, könnt ihr da eben jetzt dieses Magenta dazugeben. Ich mische das jetzt mal auf der linken Seite so ein bisschen mit rein. Weil das Problem ist immer, wenn ich zu Rot-Schwarz gebe, dann wird das mir bräunlich. Und wenn ich eben möchte, dass das trotzdem rötlich ausschaut, dann ist es ganz gut, wenn man eben das Magenta dazugibt, dann kann man diesen Eindruck retten. Wenn wir die Blätter ausmalen, ist es ganz wichtig, dass die nicht alle den gleichen Grünton haben, damit man eben merkt, dass die voreinander und hintereinander sind. Und auch, dass da um die Kirschen rum, dass da so ein bisschen dunklere Farbe aufgegeben wird, dass man so das Gefühl hat, dass die Kirsche einen Schatten auf das Blatt wirft. Und da muss man halt jetzt die Grüntöne variieren. Ich habe jetzt immer das dunkle Grün als Basis für meine Blätter und mische aber dann, da wo es mehr Licht drauf scheint, mische ich ein bisschen Gelb mit rein und da wo es eben dunkel wird, da zum Beispiel, da mische ich dann Schwarz mit rein. Das ist auch nicht besonders schwer. Man muss halt bloß mit dem Schwarz gut aufpassen, weil das wahnsinnig schnell färbt und es soll ja trotzdem noch grün bleiben. Ich fange jetzt da um die Kirsche rum an und da lasse ich jetzt den Stiel aus, dass man den hinterher noch sieht, dass eben da die Kirsche an dem Stiel hängt. Das ist jetzt ein bisschen eine schwierige, fieselige Arbeit, sagt man bei uns in Bayern. Da nehme ich jetzt den feinen Pinsel, weil da ist einfach die Gefahr, dass man dann drüber rausmalt, die ist dann schon immer ziemlich groß, wenn man einen großen Pinsel hat. Und wenn euch das auch nicht auf Anhieb gelingt, dass ihr das so genau fertigbringt, dass er da wirklich innerhalb der Zacken bleibt, macht euch nichts draus. Da habe ich auch lange gebraucht, bis ich so fein malen konnte. Man sieht das schon, der Trick bei grünen Blättern ist immer, dass die von der Farbe her ein bisschen unterschiedlich sind. Auch wenn die in echt alle gleich ausschauen, aber als gemaltes Bild ist es einfach besser, wenn man verschiedene Farbtöne drin hat. Da müsst ihr nicht ganz viel mischen oder irgendwas, sondern halt einfach manche ein bisschen höller, manche ein bisschen dunkler machen. Und dann hat man schon eine ganz interessante Wirkung. So, und jetzt brauchen wir noch diese Stängel. Da können wir das Braun aus unseren Farben, die wir gerade schon verwendet haben, können wir uns ganz leicht selber mischen, indem wir einfach alle Farben in einen Topf zusammenrühren. Und dann seht ihr schon, da kriegen wir ein wunderschönes Braun. Und da kann ich jetzt zuerst einmal diesen kleinen Zweig mit dem dunklen Braun malen. Und die Stängel von den Kirschen, die sind so ganz hellgrün. Da mischen wir dann ganz einfach gelb mit ein ganz bisschen grün und dann passt es schon. Da ist es vielleicht sinnvoll, wenn man die Farbe auswäscht und das nicht so macht wie ich. Ich bin da oft zu faul und dann vermischen sich die Farben und werden nicht mehr schön. Aber jetzt habe ich es gerade noch erwischt. Damit ist das zweite Motiv fertig und wir können uns jetzt an das dritte Motiv machen. Das dritte Motiv sind die Moose im Wald. Und wenn man da von Weitem hinschaut, dann denkt man, ja, das ist halt alles irgendwie so grün, das schaut so aus wie ein grüner Polster. Aber wenn man dann ganz nahe hingeht, dann sieht man, dass das eigentlich alles ganz viele verschiedene, unterschiedliche kleine Pflanzen sind. Und das sieht eben jetzt aus, so als würde man es unter einem Mikroskop sehen. Und da seht ihr schon, das schaut irgendwie so aus wie so Unterwasserpflanzen. Das sieht mehr wie Gras aus. Und die haben so kleine Köpfchen oben dran und sind halt alle ganz unterschiedlich. Und damit wir diese Unterschiede halt auch schön darstellen können, brauchen wir jetzt eine ganze Reihe von Farben. Und zwar nehme ich dazu jetzt das Gelb. Ich nehme das Ultramarin. Das gibt so ein warmes Moosgrün. Dann nehme ich ein bisschen gebranntes Jena dazu für die bräunlichen Farbtöne. Ich nehme das dunkle Grün mit dazu. Mit dem Gelb gemischt gibt es so ein schönes leuchtendes Grün. Und ich nehme Schwarz dazu, wenn ich dann unten den Waldboden male. Und dann fangen wir jetzt mal mit dem obersten an. Da mische ich in mein dunkles Grün einfach ein bisschen von dem Gelb mit rein. Und damit es aber nicht zu knallig wird, kann man jetzt auch Lichterocker dazugeben. Das ist dann vom Farbton her so mehr so Olivgrün. Ihr dürft es aber gern auch bunter malen. Das ist schon bei diesen Bildern auch, dass die nicht immer so ganz genau ausschauen müssen wie in der Wirklichkeit. Nach unten hin kann man ruhig auch schon ein bisschen Schwarz mit reinmischen. Und auch da, wenn ihr das wieder ganz ordentlich haben wollt, halt einfach mit dem ganz feinen Pinsel bis zu den Rändern hinmalen, dass es halt ganz sauber ausschaut. Der untere Teil, das ist alles so kraus. Da nehme ich jetzt verschiedene ganz helle Grüntöne und mache das halt alles so ein bisschen, ja, tupfe es halt einfach rein, mache es ein bisschen durcheinander, dass eben dieser Eindruck von kleinen Fasern durch diese unterschiedlichen Farben entsteht. Der Vorteil, wenn man in fertige Zeichnungen malt, ist ja, dass da die Zeichnung halt auch mitwirkt und dass man da eigentlich nicht viel falsch machen kann dann. So, und dann für die dunkleren Stellen nehmen wir ein bisschen gebrannte Sehner dazu, dass das so ein paar rötliche Punkte werden. Und dann haben wir eine schöne abwechslungsreiche grause Fläche. Da kann übrigens auch ruhig ein bisschen weiß drin stehen bleiben, weil man dann so das Gefühl hat, dass da irgendwie Licht drauf scheint. Und mit den gleichen Farben machen wir im Endeffekt jetzt die anderen Mose auch. Da nehme ich jetzt verschiedene dunkle Grüntöne wieder für die Gräser und unten nehmen wir halt auch wieder ein bisschen von der gebrannten Sehner vielleicht dazu, weil gebrannte Sehner eine sogenannte Erdfarbe ist, die aus Erde auch gewonnen wird oder früher mal gewonnen wurde und das ganz gut passt, wenn man Erde malen möchte. Da kann ich ein bisschen Ultramarin auch dazu nehmen, dann wird es mir so bläulich. Es darf ruhig ein bisschen bunt ausschauen. Es darf ruhig ein bisschen bunt ausschauen. Das letzte Mose finde ich besonders schön. Da haben wir so diese rötlichen Stängel, die sind so ganz typisch dafür. Das sieht auch, wenn man das im Wald einmal findet, das sieht voll schön aus. Und das ist auch wirklich leicht auszumalen. Einfach mit Zinnoberrot und vielleicht ein ganz bisschen was von der gebrannten Sehner dazu, dass es nicht zu leuchtend rot wird. Und dann malen wir die Stängel aus damit. Und dann werden diese kleinen Blätter, das ist so ein relativ kräftiges, leuchtendes Grün, also einfach das Dunkelgrün mit ganz wenig Schwarz mischen. Und da macht es jetzt auch nichts aus, wenn er vielleicht ein bisschen über den Rand drüber kommt von der Vorzeichnung. Das sieht man hinterher nicht mehr. Auch da dürfen die Blätter von der Farbe her ein bisschen unterschiedlich werden. Ihr könnt vielleicht auch ein bisschen Ultramarin an ein paar Stellen mit dazu mischen. Wichtig ist, wie bei den Kirschblättern schon, dass die Grüntöne immer unterschiedlich sind. Dass man das Gefühl hat, dass manche im Schatten sind und manche von der Sonne anscheinend werden. Und dann schaut das Ganze natürlich aus. Die kleinen Köpfchen von diesem Moos, das ist so ein ganz, ganz zartes Grün. Da nehme ich das lichte Ocker und mische ein bisschen was von dem Grün mit rein und dann nehme ich ganz viel Wasser, weil dadurch die Farbe ganz hell und ganz zart wird. So, und jetzt nehme ich noch ein ganz helles Grün, einfach indem ich gelb mit meinem dunkelgrün zusammen mische, dass eben so ein ganz helles Grün entsteht. Und damit gestalte ich jetzt den Hintergrund, indem ich da so dazwischen rein tupfe. Und dann tue ich so, als wäre hinter meinen Moosstängeln, als wäre da eben noch anderes Moos, das dazwischen durch scheint. Und über den Moosboden, da gehe ich einfach mit einem sehr dunklen Grün drüber, weil da das Schwarz von meiner Vorzeichnung sowieso dann durchscheint und das Ganze dunkler macht. Es soll halt einfach bloß auch so einen leicht grünlichen Farbton geben. So, und wenn ihr möchtet, das muss aber jetzt nicht sein, könnt ihr so tun, als wären ganz weit hinten noch ganz viele so kleine Blüten von dem Moos, indem ihr einfach ganz kleine Pünktchen macht und dann mit dem Rot von vorhin ganz feine Striche noch da zieht. So, dass man meint, dass das eben ganz weit im Hintergrund, dass da noch ganz viel mehr von diesen Moosblüten sind. Es muss aber nicht sein, wenn ihr euch das nicht zutraut, weil das sieht auch ohne das ganz schön aus. Es war jetzt der erste Teil von meiner Begleitserie zum Erlebnispfad. Im zweiten Teil kommt jetzt dann der Felsen, es kommt die Tanne, es kommt die Baumehe und die Douglasie. Ich hoffe, ihr habt bisher Spaß gehabt und schaut beim zweiten Teil auch wieder mit rein. Ich würde mich darüber freuen. Bis bald!